Leute, ist das ein Nesquik-Kakao? Heute ist mein erster Tag als Schüler, Leute. Da kommt mir so ein Nesquik-Kakao doch genau richtig. Oh, komm her, mein leckeres Drink. Perfekt, er ist in die Falle getaucht. Welche Falle? Ah, Kettnab! Ah, ein Käfig! Eine Falle! Ich wurde reingelegt. Ah, nein! Wir haben dich fangen genommen. Oh, lass mich sofort raus, bitte. Niemals. Wir werden dich zu unserem Meister bringen. Nein! Kann mir denn niemand helfen? Hilfe, Hilfe! Du bist in der Höhle, niemand. Nein! Hilfe! Hier braucht jemand meine Hilfe. Aber woher kommt das? Hilfe! Was ist diese Höhle? Wer sind denn das? Das sind doch die Smiling Critters. Und da ist jemand gefangen. Ey, bist du Misty Light? Kannst du mich bitte retten? Natürlich. Okay, pass aber auf, die sind stark. Okay, du bist aber stärker. Niemand ist so stark für mich. Guck mal, ich kann die alle mit einem Hit wegmachen. Oh, bist du so krass. Bitte rette mich. Oh, hol mich bitte hier raus. Vielen Dank für die Rettung, Misty Light. Aber jetzt lass mich bitte raus. Ah, ich bin ja nicht. Du siehst noch ziemlich. Naja, guck mal, wie ich aussehe. Und guck mal, wie du aussiehst. Ja, ich bin eine Schildkröte. Bitte lass mich jetzt hier raus. Bitte, bitte, bitte. Aber du kannst hier nicht so rumlaufen. Guck mal, du wolltest gefangen von den Smiling Critters. Wir müssen das ändern. Was denn? Was meinst du? Nein, 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 nein. Bevor ich dich raushole, so ein richtig cooles Potenzial, eine Mutanten Misty Light zu werden. Eine Mutanten Misty Light? Meinst du Level 999 Misty Light oder wie? Ja, ganz genau, 999. Okay, perfekt. Dann lass mich doch raus. Ah, vielen Dank, Misty Light. Ah, perfekt. Okay, weg hier. Aber erst mal verwandle ich dich in eine Misty Light. Ach, ehrlich? Wie machst du das? Hokus, pokus und... Äh, warte mal. Level 1 und... Ah, ich bin Level 1 Misty Light. Okay. Genau. Oh nein. Wir werden jetzt zu unserem Dorf. Oh, ist das sehr weit? Ein kleines Stückchen. Okay. Okay, wir sind ja endlich da. Das war echt ein langer Weg. Ah, Leute. Okay, okay. Das Dorf ist auch ziemlich gut versteckt. Verstehe. Okay, wo lebe ich jetzt? Hier? Das ist unser Haus. Ich will jetzt Level 50 sein. Ich will die nächste Stufe haben. Bevor du Level 50 werden kannst, musst du erstmal in die Schule gehen. Ah, okay. Wann beginnt der Unterricht? Ja, es ist vor einer Stunde angefangen. Ah, bin ich ja zu spät. Welches Haus ist denn die Schule? Einfach die Straße runter und rechts. Okay, okay. Let's go, Leute. Wie kommst du spät zum Unterricht? Lass ein Like da. Schaut mich in den Kommentaren, damit ich euch ein Video ein. Nein, klopp. Oh, schnell rein. Oh, äh. Äh, hallo. Da kam doch jemand zu spät. Äh, ja, ich. Es tut mir leid. Komm mal nach vorne. Tut mir leid, Frau Lehrerin. Ah, du bist also die neue Schülerin. Ja, ich bin Level 1. Sei froh, dass wir nur gerade Besprechungen gemacht haben. Wir gehen jetzt raus und machen direkt den Sportunterricht. Sportunterricht. Okay, das mag ich am liebsten, Leute. Huch, hab ich immer Glück gehabt. Oh, ich seh schon lustig aus. Okay, ich bin der Erster. Und aus mit euch. Ah, ja, Erster. Oh, Leute, wir stehen hier an der Reihe am Sportunterricht. Aber das sieht mir jetzt nicht so wie Sport hier aus. Standen. Ich hab nichts verstanden, nochmal. Die ist standen. Ja, stehen wir doch alle schon. So, die Erste geht jetzt hoch. Oh, wer ist denn die Erste? Ah. Oh, ich trau mich. Guck mal, wie hoch das ist. Alter, das ist eine Level 10, Mr. Light, Leute. Mal sehen, ob die er es schafft. Guck mal, wie hoch das ist. Oh, das ist ziemlich hoch. Oh, Leute, die muss da jetzt... Was muss die machen? Muss die runterspringen? In diesen kleinen... Du musst runterspringen. Oh, die Arme, ich drückte die Daumen. Oh, wie soll ich das kleine Becken treffen? Alter. Oh, nein. Nein, sie hat es nicht geschafft, Leute. Ich will auch nicht so enden. Ich will nur Level... Der Nächste. Support hoch. Oh, hier geht es ja richtig zur Sache. Hey, du bist dran. Level 5, Mr. Light. Ich drück dir die Daumen. Oh, ich trau mich. Oh, wir missen das an. Die wollen nämlich alle Leute Level 99 erreichen. Aber ich glaube, ich bin der Einzige, der das Zeug dazu hat. Ihr wollt doch die Horrorlehrerin werden, oder? Die Nächsten. Nee, ich will eigentlich Level 99 Mr. Light werden. Oh, also willst du ein Mutant-Delight werden. Genau. Okay. Warum lässt du... Das will ich sehen. Ja, siehst du auch. In diesem Video bleibst du auch dran, Frau Horrorlehrerin? Oh, hier mal kurz, kurz Ruhe sein. Du musst hier mich konzentrieren. Okay, Leute. Bleibt auf jeden Fall dran. Hier geht es ja richtig zur Sache. Komm, du schaffst das. Oh, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Oh. Ja. Sie hat es geschafft. Oh. Oh. Du Glückspitz. Nein, sie war kein Glückspitz. Guck mal, jetzt mach die weiter. Oh nein. Was passiert, wenn ich in die Lava falle? Hahaha. Lass mich. Du verbrennst. Du verbrennst. Bitte pass auf. Oh nein. Komm schon. Du hast die Sprache nicht geschafft. Oh nein. Hilfe. Halt mich hier los. Halt mich hier los. Oh nein. Oh nein. Sie haben, Leute. Sie ist... Oh nein. Was ist für eine harte Schule hier? Oh, ich bin so glücklich nicht als Nächster dran, sondern du. Okay, jetzt der Nächster hoch. Keine Zeit verschwinden. Du bist dran. Haha. Nein, nein. Der Neue. Du bist zu spät gekommen. Dann zeig mal, wie gut du bist. Oh nein. Oh nein, Leute. Drückt mir die Daumen. Jetzt bin ich dran. Okay. Ich muss erstmal ganz hoch, ne? Ja. Ganz hoch. Okay, Leute. Ich hoffe, ich treffe hier das... Das wird gar nicht so einfach. Okay, noch ein Stück. Alter, das ist ja mega hoch. Wie viele Meter sind das denn? So 100 Meter. Das sieht aber nicht nach 100 Meter aus, Leute. Das sieht mehr nach 200 Meter aus. Ach, du Heilige. Das Loch hier treffen. Und, und. Ah, ich hab's geschafft. Der nächste Glück, Pils. Yeah, Leute. Okay, Leute. Ich muss jetzt diesen Parcours irgendwie schaffen. Wenn ich diesen ganzen Parcours gemacht habe, kriege ich wahrscheinlich mal ein Upgrade, Leute. Da bin ich leider 50. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dranbleiben. Okay, eins. Ich hab's geschafft. Ha, den zweiten Sprung hab ich auch irgendwie grad so geschafft. Ah, du Glück, Pils. Den nächsten schaffst du nicht. Oh, okay. Mann, den, den nicht. Oh, der war wirklich schwer, aber ich hab den auch geschafft. Ja, okay. Wenn du das schaffst. Ja, ich bin der Ausgewielte. Mann. Haha. Haha. Ich hab's geschafft. Du nicht. Du Glück, Pils. Aber den nächsten Part, den schaffst du nicht. Äh, was muss ich überhaupt hier machen? Ich bin hier oben. Wieder so hoch. So, mal guck, wie du mit der Technik umgehen kannst. Mit der Technik? Oh, warte mal, Leute. Ich trink mal ein bisschen. Nie meinen Saft. Okay, ich muss hier, wie Kim Possible, mit diesem Haken mich durchschwingen. Okay. Ich mach mal hier. Ah, nicht getroffen. Okay, ich hab mich getroffen. Wow. Oh. Ja. Oh, nicht schlecht. Du kennst dich aus. Okay, Leute. Das ist jetzt die schwerste Prüfung. Ein Lama-See. Und ich muss mich hier. Ich hab da hinten getroffen. Okay, das ist eigentlich gar nicht mal so. Überspringen. Ah. Okay, zieh mich hoch. Okay. Mach ich das gut? Ah, bis jetzt machst du es ziemlich gut. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, ich kann mich vielleicht so ein bisschen schaukeln. Guck mal. Na, ich hab mich gerettet, glaub ich. Ich zieh mich hoch. Ja. Da hast du aber Glück gehabt. Ah. Okay. Ich drück mein Auge zu. Okay. Ja. Ich rette mich. Okay. Okay, nochmal. Komm schon, Leute. Wir haben es gleich. Ja. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wow. Ich bin Level 50, Leute. Guck mal. Bin ich jetzt... Oh, Alter. Ich hab jetzt diesen Stab... Äh, Stiftwaffe. Okay, Leute. Ich versuche jetzt erstmal hier runter zu kommen. Komm jetzt her. Ich möchte sehen, was mit dir passiert ist. Wow. Oh. Okay, wir haben uns runtergehangelt. Okay. So, Leute. Wir haben richtig viel Leben. Und wir sind super stark. Ich kann mal kurz testen, wie stark ich wirklich bin. So. Und? Ich sollte lieber nicht meine Schule hauen. Guck mal, wie stark ich bin. Äh, du hast dich verwandelt. Ja. Und ich glaube, jenen, den ich damit haue, der ist wirklich erledigt. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin die beste Lehrerin. Ja, das hast du echt nicht schlecht gemacht. Aber ich bin jetzt auch eine Lehrerin, weißt du. Ich bin Misty Light. Die aus Poppy Playtime. Aber ich bin die wahre Horrorlehrerin. Hm, weiß ich ja nicht. Okay, Leute. Ich will mal echt testen, wie stark geht das jetzt? Oh, was ist das denn hier? Ah, Kettin Mutant. Oh nein. Ich bin nicht gegen ihn kämpfen. Gerade war ich nur so vorlaut, Leute. Aber irgendwie bin ich doch nicht gegen ihn kämpfen. Los, Zeit, wie stark du bist. Du meintest doch, bist die Horrorlehrerin. Oh, ja. Okay. Habe ich vielleicht gesagt. Komm her, Kettin Mutant. Ah. Okay. Komm her. Ich zeige mal, wie ich... Okay, ich mache Schaden. Du machst echt gut Schaden. Komm her, jetzt erledigt. Oh. Autsch. Okay. Okay, Leute. Ah, wir müssen aufpassen. Wir müssen ihn abschütteln. Schnell. Oh, das ist schon die nächste Klasse. Oh, die Armen. Okay, ich verstecke mich hier irgendwo. Komm raus. Ah, zu Hause. Wo bist du? Oh, Leute. Ich muss mich verstecken. Okay, Leute. Oh, da ist er. Hoffentlich sieht er mich nicht. Wenn du nicht bei drei draußen bist, werde ich das Dorf zerstören. Oh, nein. Aber wenn ich rausgesehen, sind wir alle erledigt, Leute. Eins. Ah. Zwei. Was soll ich tun? Drei. Ah. Was macht der da? Nein. So, hier das Haus kaputt schießen. Nein. Und den Turm da kaputt machen. Ey, meinen Turm kannst du kaputt machen. Den habe ich nicht gemacht, aber... Ah, nein. Was soll ich tun, Leute? So, warte mal. Ich mache hier noch den Brunnen kaputt. Nein, unser Brunnen. Jetzt haben wir nichts zu trinken. Ich muss auf jeden Fall Mutant-Delight-Delight-Delight erreichen, Leute, damit ich gegen diesen Mutanten-Kettnipp überhaupt eine Chance habe. Ah, mein Haus. Nein. Oh, nein. Oh, nein. So, komm jetzt raus. Hey, hör auf, das Dorf kaputt zu machen. Komm her. Die Horrorlehrerin, die setzt sich für uns ein. Das ist eine wahre Lehrerin. Wer redet da mit mir? Die Horrorlehrerin ist krass. Soll ich mal zeigen, was ich davon halte? Ah, nein. Unsere Schüler. Nein. Das war ein Fehler. Ich erledige dich jetzt. Okay. Die Horrorlehrerin will kämpfen. So, komm her. Das war's. Da du meine Schule erledigt hast, werde ich dich hier erledigen. Ha, das kitzelt. Ha, 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 ha. Alter, die Horrorlehrerin. Du hast es geschafft. Du hast Mutanten-Kettnipp erledigt. Wie hast du denn das gemacht? Tja, dafür bin ich die wahre Horrorlehrerin. Wenn du so stark werden möchtest, da gibt es einen Ort, den ich dir zeigen könnte. Aber es sind nur für Leute, die mutig sind. Ja, ich bin mutig. Okay. Dann lass uns mal gemeinsam da hingehen. Weißt du, dass ich eigentlich größer bin als... Das ist doch egal. Die Größte ist egal. Ist das so? Wusste ich gar nicht. Okay, wir wollen hier durch. Ja, wir gehen jetzt einfach hier durch. Guck mal, kannst du auch Blöcke kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Okay, du bist echt krass. Okay, let's go. Okay, wie war ich denn noch? Siehst du das Haus da hinten? Ja. Siehst du die Smiling Critters? Ja, sehe ich. Die beschützen was, was ich haben möchte. Da ist der stärkste Lehrerstab der Welt. Der stärkste Lehrerstab der Welt? Und ich soll die erledigen? Ja, wenn du die stärkste Lehrerin werden möchtest, also die Mutanten Misty Light, brauchst du diesen Stab da. Hm, Leute. Okay, drückt mir die Daumen, Leute, dass ich das schaffe. Ich glaube, ich schaffe das hier. Guck mal, was für ein... Das ist echt eine krasse Waffe, die ich habe. Deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein. Wir können auch... Guck mal, wie stark ich bin. Und Hühnchen, der Arme. So, dann wollen wir mal... Oh, nein, da kommt schon Ticken-Chicken. Ah, Ticken-Chicken, geh. Hoppy, hopska. Oh, ich bin aber super stark, Leute. Guckt ihr euch, zieht euch das mal rein. Und ich haue jeden Windel weich. Okay, Leute. Oh, die sind aber trotzdem stark, auch wenn ich viel Herz habe. Die ist ziemlich stark. Ja, Bobby Faden, der redet auch hier sogar langsam, Leute. Der redet überall langsam. Wir müssen die gefangen nehmen. Nein. Leute, ich muss aufpassen. Ich darf den Zauberstab nicht bekommen, diesen Lehrerstab. Oh, Leute, ich sperme jetzt ein bisschen mal hier. Oh, ich habe noch eine Reihe Herzen, Leute. Aber ich sollte passen. Oh, nein, 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 nein. Okay, ein bisschen rennen. Ihr habt keine Chance gegen uns. Ein bisschen regenerieren. So, und let's go. Ja, wir haben... Nee, da sind noch ein paar, Leute. Oh, okay, aber ich bin trotzdem sehr stark. Sollte ich... Okay, let's go. Komm da. Okay. So, wir haben es gleich. Und ja, ich habe es geschafft, Leute. Gehe ich jetzt einfach nur hier rein, denke ich mal, oder? Oh, was habe ich hier? Ein Netherite-Schwert? Der starb, Leute. Ich glaube, ich darf nur eins nehmen in diesem heiligen Tempel. Darf ich eigentlich nur eins nehmen? Ja, du darfst nur eins nehmen. Wenn du das einen nimmst, verschwindet das andere. Oh, verstehe. Okay, dann nehme ich den Lehrerstab. Netherite-Schwert kämmen wir. Das ist eigentlich nicht so stark. So, kann ich rechts klicken oder so? Mal gucken, Leute. Ich baue mal einfach diesen Dings hier ab. Oh, ja, OP-Lehrerstab. Okay, OP-Lehrerstab, Knockback 2, Firespeck 3 und Sharpness Level 50, Leute. Das ist wirklich OP. Wo ist denn sie, die Horrorlehrerin? Ich bin hier oben auf dem Baum. Ich habe den OP-Lehrerstab. Zeig ihn mir. Komm runter. Warte, oh, soll ich hochjockieren? Da ist er. Ich wollte den schon immer haben. Ich bin jetzt dergste Lehrerin. War das immer dein Kindheitstraum? Ja, das war mein Kindheitstraum. Dann habe ich dir deinen Kindheitstraum erfüllt. Wie cool. Ich bin Albtraum-Catnap Level 550. Zeig dich. Ja, mit dem OP-Lehrerstab. Sofort. Niemals. Ich habe den nicht. Alter, Leute. Die kämpfen da jetzt einfach. Komm doch her. Ich werde das alles hier beschützen. Ich werde mein Dorf beschützen. Aha. Ich habe aber gerade gesehen, dass du den OP-Lehrerstab in der Hand hast. Also lüge mich. Nein, habe ich nicht. Lüge mich nicht an. Warum soll ich dich anlügen? Ich habe hier nichts. Okay. Ich habe eine Rose hier für dich. Wer nicht reden will, muss fühlen. Ah, nein, nein. Ich muss irgendwie an dich rankommen. Nein, nein, nein. Keine Chance. Mist. Die hatte wirklich keinen OP-Lehrerstab. Mann. Da muss ich den irgendwo anders suchen. Oh, zum Glück hat mir die Horror-Lehrerin noch den eben den Stab gegeben. Die hat nämlich schon vermutet, Leute, dass sie draufgehen könnte bei diesem... Oh, nochmal Glück gehabt. Geh. Das ist so, Alter. Das ist sehr traurig, Leute. Ich muss die Horror-Lehrerin im Dorf erst mal beerdigen. Leute. Oh, Mann. Die arme Horror-Lehrerin. Hallo, Misty Light. Du hast mich ja gerettet am Anfang des Videos. Ja. Und du machst dich schon ziemlich... Die Horror-Lehrerin wäre stolz, wenn du den Parcours zu Ende machen würdest und noch stärker werden möchtest und dich an Nightmare-Ketten erbrechen würdest. Den Parcours zu Ende? Stimmt. Wir haben den Parcours noch nicht zu Ende gemacht. Oh, ich sehe echt ein bisschen grässlich aus, Leute. Aber egal. Was sein muss, muss sein. Okay, den Parcours. Vielleicht werde ich ja dann zum Mutanten. Ja, los, jetzt fang an. Okay, kommst du mit? Komm mit. Bist du jetzt die Ersatzlehrerin? Ich werde jetzt dafür sorgen, dass du zur stärksten Misty Light wirst. Okay, ich glaube... Okay, da lang, Leute. Da ist der Turm. Oh, ganz schnell. Das nächste wäre in dieser TNT-Run, Misty Light. Komm, los. Zeig dein Geschick. Okay, Leute. Lasst bitte jetzt alle mal ein Liker, dass wir das schaffen. Komm schon, jeder muss von euch liken. Vielen, vielen Dank. Und go. Zack. Oh, ja. Okay, ich habe... Okay, hier ist ja noch ein Test. Genau, jetzt musst du zeigen, wie stark du bist. Soll ich auf diese Platte gehen? Was passiert da? Nein, du kannst einfach runtergehen. Da passiert nichts. Okay. Jetzt guck mal, wie stark dieser Stab ist. Oh, guck mal, Leute. Ich warte dir jeden. Oh. Wie stark du? Ich bin super OP. Guck mal, Leute. Ich hoffe, ich kriege jetzt meine Mutanten. Meine Mutanten-Upgrade. Komm schon. Du schleuderst die ja weg. Du nix. Oh, ich habe so viel Herz und Level 999 und... Oh, ich bin Mutanten, Misty Light. Und ich kann fliegen. Oh, dann rech dich an Nightmare-Catnap. Du wirst bestimmt stark genug sein. Aber wo... Oh, komm. Was habe ich hier für eine Hand? Komm, soll ich dir mal eine Ohrfeige geben? Nein, nein. Hey, ich habe dich adoptiert. Doch, komm her. Ich will... Nein, hör auf. Ich habe... Ich glaube, ich one-hitted dich, oder? Ja, du musst aufhören. Ich will es aber testen. Die Zuschauer wollen sehen. Na gut. Nein, hör auf. Dann teste ich es an Nightmare-Catnap. Wo ist der denn? Nightmare ist im nächsten Dorf. Nehm an. Ich renne doch nicht weg. Okay. Dann mache ich mich auf den Weg. Let's go, Leute. Dann wollen wir mal zur Nightmare-Catnap. Wir gehen uns rächen mit unserer Handschelle. Nicht Handschelle. Mit Feigenfaust hier. Okay, Leute. Ich habe das Dorf endlich nach einer Stunde oder so gefunden. Und guck mal, wir sind richtig viele Smiling-Kritters. Da können wir doch schon mal unsere Hand... Hier unsere Feigen... Äh, Ohrfeigen benutzen. Ohrfeige! Warum wart ihr zu spät zum Unterricht? So. Okay, Leute. Was macht Misty Light hier im Dorf? Ja, ich kann fliegen. Und ich bin Mutant Misty Light. Und ich werde euch benehmen beibringen. So. Wir werden dir benehmen beibringen. Okay. Wir brauchen keine Lehrer hier. Okay, Leute. Jetzt muss ich doch meinen Lehrerstab benutzen. Okay. Komm her. Leute, ich bin wirklich stark. Das muss man schon... Ist für eine Unruhe in unserem Dorf. Oh nein, der hat es mitbekommen. Äh, nix. Wir spielen nur Smiling-Kritters Spiele. Oh, ich hoffe, der kauft das ab. Okay. Okay, Leute. So. Wir müssen ihn erledigen, bevor ein Eidner-Kettnipp wach wird. Und ich werde euch belehren. Komm zum Mathematikunterricht. Warum seid ihr so laut? Das gefällt mir nicht. Das gefällt ihm nicht, Leute. Äh, wir spielen. Fangen. Da ist man halt ein bisschen lauter. Tut mir leid, Chef. Die Stimme, die kenne ich doch. Wer soll denn diese Stimme sein? Die Macht. Güris. Was? Was redet ihr da? OP-Lehrerstab. Der ist in meinem Dorf. Oh nein, der wollte ja diesen OP-Lehrerstab haben. Stimmen voll vergessen. Oh, ich muss aufpassen. Ich sollte lieber mit meiner Hand weitermachen. Nicht, dass er den Stab siegt. Wo ist der überhaupt? Ach, da hinten ist der, Leute. Der sieht echt gruselig aus. Okay, komm her. So. Diese Smiling-Klitter sind doch eigentlich Liebewesen. Warum seid ihr so böse? Ich glaube, die werden gerade von Nightmare-Kett manipuliert. So. Ihr Dorfbewohner schwebt doch in Lebensgefahr. Wie könnt ihr hier in Ruhe aus euch unterhalten? Okay, wo ist... Oh, hier ist Ticken-Chicken. Also das sind ja alles Fake-Klone, Leute. Das sind ja nicht die wahren Smiling-Klitters. So. Komm jetzt her. Lass uns gegeneinander kämpfen. Ah, du hast mich schon entdeckt? Ja, natürlich. Ich spüre dich. Dein OP-Stab. Okay, warte. Okay, dann komm her. Ich zeig dir was. Komm her. Guck mal, ich kann fliegen. Zeig mir den Lehrer-Stab. Nein, ich werde dich mit meiner Faust erledigen. Niemals mit dem Lehrer-Stab. Du wirst mich nicht erledigen können ohne den Lehrer-Stab. Ist das so? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich noch nicht zweimal mit meiner Hand erledige, dann... Probier es mal mit dem Lehrer-Stab. Dann wirst du mich mit einmal. Aber das ist ja... Haha, den werde ich dir jetzt abnehmen. Nein, Leute. Er will mich baiten. Er will, dass ich den benutze. Deswegen sagt er das. Aber ich muss ihn, glaube ich, benutzen. Und, komm her. Ja, tut's mir. Oh, der ist echt zu stark. Ah. Du wirst keine Zeit haben, ihn zu klauen, weil davor erledige ich dich. Und? Niemals. Er ist echt stark, Leute. Aber mein... Ich habe ihn gleich. Oh, okay. Und? Komm schon. Komm schon, Leute. Wir sind OP. Wir sind OP. Komm, wir haben es gleich. Und? Ja. Kuckuckuck, Kuckuck, Leute. Ich bin ein Baby. April, April. Ah, Leute. Wir gehen heute nicht smile in Krittas-Babyschule. Bist du bereit, Bufflu? Ich bin sowas von bereit. Lass uns jetzt schnell reingehen. Okay, Leute. Heute ist der 1. April. Ich werde heute Regen gehen. Reinlegen. So. Smiling-Krittas-Schule. Ich bin so gespannt, wie da alles drin sein wird. Komm. Äh. Okay. Oh, die Tür ist so offen. Oh. Wir müssen uns schnell beeilen. Schnell. Oh. In den Kindergarten, Leute. Das ist ja ein Kindergarten. So. Wir sind hier zu spät. Äh. Oh. Wir sind zu spät. Äh. Nein. Wir sind nicht zu spät. Wir sind erst gerade mit dem Bus gekommen. Schnell hin. Warte mal. Ihr seid gar keine Smiling-Krittas. Äh. Nein. Ich bin Dendy, ein Minecraft-Youtuber. Und das ist mein bester Freund Buffalo. Nein. Nur Smiling-Krittas können hier in diesem Kindergarten. Aber. Aber. Wir sind doch gleich. Guck mal. Genau. Ich habe eine Babyflasche. Hoppy Hopps sieht genauso aus wie ich. So. Nein. Den Hopps hier hopp ich anders. Geh weg. Oh nein, Leute. Was? Äh. Was? Wie können wir denn hier teilhaben? Ihr müsst in die Innenstadt gehen. Euch beim Rathaus in die Smiling-Krittas-Kategorie eintragen. Dann könnt ihr vielleicht hier teilnehmen. Okay. Okay, Bovio. Wir müssen ins Baby-Rathaus. Kommst du mit? Dann lass uns jetzt beeilen. Ich möchte ein Smiling-Krittas werden. Okay. Okay, let's go. Okay. Hier irgendwo soll es sein. Da. Smiling-Krittas. Äh. Das wird es sein, Buffalo. Genau. Da will ich hin. Oh. Guck mal. Da ist ein Baby-Doktor. Der ist noch gar nicht eingeschult im Kindergarten. Warum seid ihr denn hier? Warum seid ihr denn nicht im Kindergarten, Doktor? Er ist noch viel zu klein. Den bringe ich erst mal hier hin. Aber. Okay. Das ist so die Vorschulkindergartenzeit. Verstehe. Und hier können wir uns eintragen für den Kindergarten? Ja. Das sollte klappen. Geh mal rein. Okay. Komm mit, Buffalo. Du wärst denn sonst noch da drin, Leute? Oh, Bubafant. Hallo, Bubafant. Hallo, Dandy. Boah, der redet ja voll langsam, Leute. Warum redest du denn so langsam? Das ist mein Sohn. Wer? Oh. Warum ist der hier? Wie alt ist der? Der hat gerade frisch eingeschult im Kindergarten. Dann hilft mir nicht weiter, Leute. Ich muss... Oh, Kräftikorn. Wo ist denn hier die Erzieherin? Ich muss mich irgendwo eintragen. Buffalo, wo ist die? Kann die denn sein? Äh, wenn die unten nicht ist, dann vielleicht oben? Okay. Dann gehe ich mal oben. Hallo, Erzieherin. Hallo. Erzieherin? Hallo. Da ist sie ja. Hallo. Ich bin der Erzieherin. Oh, okay. Ich bin Dandy und Buffalo. Wir wollen uns in die Smiling Critters Kindergarten drüben bei der Tankstelle. Wir wollen da mitmachen. Okay. Ihr seid keine Smiling Critters. Ich kann da vielleicht was drehen, wenn ihr mir 100 Diamanten gebt. Ich habe keine 100 Diamanten. Tja. Woher sollen wir 100 Diamanten bekommen? Das wird da nicht klappen. Besorgt euch schnell 100 Diamanten. Oh, Leute. Okay. Wir müssen einen anderen Weg finden, dass wir akzeptieren von den Smiling Critters. Aber irgendwie geht das nicht. Mann. Okay. Wir suchen uns einen anderen Weg. Was ist denn, Doktor? Wolltest du was sagen? Ja, ich wollte was sagen. Ich wollte fragen, warum ihr traurig seid. Warum ihr traurig seid? Wir werden, Jungs, akzeptiert in der Smiling Critters Kindergrippe. Nicht hier, weil wir keine Smiling Critters sind. Oh, das ist echt schade. Aber ich habe eine Idee. Okay, hier in der Nähe. Guck mal nach links von mir. Äh, warte. Links von dir ist da? Was ist da? Da ist ein Knopf. Da kannst du so ein Smiling Critters werden. Was? Wirklich, Leute? Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Lasst ein Like da und abonniert. Oh, ich will... Vielleicht werden wir auch größer, Leute. Und sind keine Babys mehr. Okay, Pufflo, bist du bereit? Denkst du, wir können ihnen vertrauen? Äh, ich hoffe doch sehr. Okay. Drei. Leute, lasst alle bitte ein Like da. Bitte, bitte, bitte. Ich flehe euch alle mal liken. In zwei, eins und go. Oh, Leute. Was ist hier los? Wow. Hey. Pufflo, steh auf. Los. Hallo. Pufflo. Du musst aufstehen. Ja, es tut mir leid. Ich habe geträumt von mir. Wir wurden hierhin teleportiert, Leute. Durch den Knopf. Meint ihr, wir müssen hier rein? Gehen wir hier mal? Äh, ich weiß ja nicht. Okay, Pufflo, komm, wir müssen rein. Wir können hier ewig Babys bleiben. Oder vielleicht auch schon, Leute. Ich weiß es nicht. Geh du rein. Ah, nein, Hilfe. Ah, ein Mutanten-Crafticon. Und nun, was? Was ist das denn? Ein Mutanten-Crafticon. Hä? Das sind ein, zwei, drei, vier, fünf. Guck mal, ganz oben. Ja, ich sehe es. Darum ist ein ganz kleiner. Oh, wie süß. Hallo. Warum redet ihr nicht? Hallo, kannst du reden? Was ist mit dir los? Wer bist du? Was macht ihr hier? Ihr seid keine Smiling Critters. Noch nicht, aber wir arbeiten dran, damit wir in der Smiling Critters Schule aufgenommen werden, weißt du? Ich kann nicht so schnell laufen, weil sonst fallen die runter. Ha, das ist ein Nachteil. Okay, da können wir dich besiegen. Okay, okay. Let's go, Pufflo. Angriff. Okay, mach weiter. Ja, ich mach... Wie, was macht ihr? Du machst ja gar nichts. Hey, hört auf. Hey, hört auf. Es tut mir leid, ich will dich nicht hauen, aber ich muss. Oh, du hast denn erledigt, Pufflo? Ich hab die Arbeit gemacht. Du hast gar nichts gemacht. Hey, ich hab zwei Hits gemacht. Aber wir kommen nicht weiter. Was ist denn da? Ein Bubafund, Pufflo. Ich will da nicht hin. Na, guck mal. Okay, Leute, alle kreassen, wie die Blöcke aussehen. Okay. Äh, wir kommen wieder weiter. Wir können jetzt Minecraft spielen. Minecraft. Was machst du? Ich bleib jetzt hier und gucke dein Video an. Danke. Lass ein Like da. Danke, danke, danke. Okay. Okay, Buffalo. Hier ist eine Kiste, guck mal. Mit einem Hebel. Guck, warte. Und jetzt können wir den Hebel hierhin tun. Okay? Und jetzt machen wir den auf. Geh ran. Nein, ich geh da nie. Okay, okay, komm schnell. Hier ist ein... Ah, hier sind immer Mutanten, Leute. Bia hat Mutanten, Crafty kommen Mutanten. Ergreift ihnen nichts, meinen Kritters. Alter, sieht ja komisch aus, Leute. Okay, dann wollen wir mal. Und hauen. Hilfe! Ah, nein! Nein, 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 ich will nicht. Ich brauche Hilfe. Ja, ich sehe ja schon, dass du Hilfe brauchst. Okay. Ähm. Na. Komm schon, Buffalo. Mach was. Du stehst ja nur so... Ich werde dich aufressen. Nein, ich werde dich aufressen. Nein, ich werde dich aufressen. Oh, ihr seid so gruselig. Verzieht euch bitte. Warte. Äh, warte mal. Reden die Köpfe auch? Ja, ich kann reden. Nein, du kannst nicht reden. Ich rede hier. Na, lass den erledigen. Nein, er hat ihn gefangen. Jeder Kopf hat eine eigene Persönlichkeit, Leute. Der eine ist nett, böse. Der andere ist komisch. Ganz komische Mutanten, Leute. Die haue ich jetzt einfach mal gut. Niemand komisch. Wir werden dich jetzt erledigen. Wen nennst du ja komisch? Äh, wir wollen jetzt ein Upgrade kriegen. Hallo. Mann, immer noch nicht. Das ist echt gruselig. Mega. Ich habe immer noch kein Upgrade. Mann, ich will zu einem Smiling Critters werden. Das kann doch nicht sein. So langsam will ich kein Smiling Critters mehr werden, wenn das nur Mutanten sind. Oh, doch. Ich will schon eigentlich. Okay, wo ist denn hier? Wie geht es weiter? Ich brauche einen Hebel. Oh, hier ist einer drin. Oh, die Lücke habt, Leute. So. Wie, was essen die? Einen Hebel? Ja, ein Shiny. Das war, glaube ich, ein Geheimfeststück. Wisst ihr? Okay, hoffentlich geht es mal weiter hier. Und... Ah, der ist ja Andy. Ey, befreit mich. Bitte, bitte. Warum seid ihr Babys? Wir wollten ihn zu meinem Critters Kindergarten. Und jetzt... Wir lassen hier niemanden befreien. Ihr bleibt hier. Los, Kili Willi. Ergreift die. Okay, okay. Ich beeile mich, Leute. So. Und go. Befreit mich bitte. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin. Ich habe doch nur Mittagsschlaf im Park gemacht. Ja, keine Sorge. Wir befreien dich. Und... Ah. So. Jetzt befreien wir dich. Und weg. Wow, warte mal. Ja, es funktioniert. Ich werde übermäße ein bisschen Smiling Critters. Und wir sind ein bisschen älter geworden, Buffalo. Guck mal. Ja, ich finde es schön, dass wir älter geworden sind. Und ich bin Catnaped. Alter, deine Stimme ist wieder wie... Du hast gerade eine Babystimme. Ja, und ich fand die voll süß, Leute. Wie fandet ihr meine Babystimme? Also, ich finde mich als Baby süßer. Naja, okay. Hey, Andy. Was ist das, Buffalo? Wie klingst du eigentlich als Baby? Ja, hallo. Ich bin ein Baby. Sowieso, glaube ich. Egal. Wir befreien die Spiele. Also, wir sind Leute Level 50. Und wir werden Mutanten auf jeden Fall werden in diesem Video. Keine Sorge. Okay. So, Buffalo. Wir werden uns rechnen. Alle, die uns hier verabscheut haben. Okay. Ein Jump and Run. Ich kann das nicht. Doch, du kannst das. Wir sind Smiling Critters fast. Also, unser Kopf ist noch nicht Smiling Critters. Aber, wir, wow, wow, wow. Let's go, Leute. Und, ja. Ich bin direkt hinter dir. Ah! 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 Okay, okay. Weiter, weiter, Leute. Und, ja. Ah! Okay. Und, den letzten Sprung. Und, knapp drücken. Nice. Ich glaube, wir sind hier im Lager. Ja, wir sind im Lager, Leute. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie weiterkommen. Guck mal hier rein. Oh! Another Rage fan mit Sharpness. Fünf. Oha! Okay, Leute. Das sieht mega gut aus für uns. Wir haben auf jeden Fall gute Karten. Ähm. Aber, hier ist ja gar kein Gegner. Wir sind ja auch im Lager. Warum soll jemand im Lager sein? Oh, nein. Ich sehe schon. Was denn? Zeig mal. Ah! Guck mal, wie riesig. Ein Bierhack-Mutarn mit Killi-Willi-Gefusion, oder? Nee, Picki-Picki-Fusion. Was ist das? Picki-Picki-Fusion. Hallo, nein. Ein Picki-Picki-Fusion. Ah! Mutant! Was macht ihr denn hier? Wir sind dabei, die Krassesten zu werden. Und zu Recht als Mutanten. Und auch in der Schule akzeptiert zu werden. Killi-Willi, nehm den Gefang. Ja, das mache ich. Los. Alter, der kontrolliert einfach Killi-Willi. Okay, okay. Ich werde die beiden gefangen nehmen. Okay. Let's go. Was machen wir nur? Was machen wir nur? Kämpfen! Wir haben keine andere Welt. Wir haben nur Netherite bekommen, Buflo. Vergiss das nicht. Stimmt. Okay. Und? Let's go. Hau ihn! Hau ihn, Windelweich! Hört auf. Nein, wir hören nicht auf. Hör du doch auf, um zu verfolgen. Du fängst euch hier an. Und? Oh, wir haben es geschafft, Buflo. Jetzt ist die Frage, wie geht es hier weiter? Ich weiß es nicht. Oh. Okay, hier ist nichts. Was haben wir für ein Laboratorium hier? Ah! Barbarfaden-Mutant! Oh, Crafty-Con-Mutant! Buflo! Ich mag das nicht, auch wenn die die coole Farben haben. Aber ich mag das nicht. Ja, die haben echt Buflo-Farben, aber trotzdem sind die böse. Bisher habe ich noch keinen grünen Bösen gesehen, Buflo. Was macht ihr hier? Wir kämpfen uns durch! Wir rächen uns an euch! Ihr habt uns verspottet! So! Lass, 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 lass! Oh Mann, dieser komische Turm, Alter, von Crafty-Corns! Okay! So, Leute, weiter geht's! Ich nehme Buba-Fant, okay? Okay, ich nehme Crafty-Corn. Okay, wir haben die jetzt in der Ecke. Und ja! Wir haben gar keine Chance! Perfekt, Leute! Ist die Frage, wie geht es hier raus? Ey, hier geht es raus! Freiheit, Buflo! Freiheit! Let's go, Leute! Wir müssen auf jeden Fall krasser werden! Wir brauchen Level 999! Und das werden wir auf jeden Fall erreichen, nur schaut auf jeden Fall bis zum Schluss dran! Oh Mann, Buflo, wir haben ein richtig nices Haus gebaut, oder? Ja, das ist richtig schön! Ey, Mutanten-Dock-Day! Siehst du die, das knirbst du da hinten? Die denken auch, die werden Smiling-Kritters! Die werden die niemals akzeptieren! Niemals! Lass uns einfach deren Haus zerstören! Ist so, Leute! Wir machen jetzt deren Haus kaputt! Alter! Wow! Was passiert hier? Oh, wir werden angegriffen! Genau! Wir machen euer Haus kaputt! Haut hier ab! Ihr habt keine Chance! Okay, okay! Lass uns abhauen! Lass uns abhauen! Renn, Buflo! Renn! Soll es reich! Die werden uns nicht mehr nerven! Oh, Buflo, Mann! Die haben unser ganzes Haus kaputt gemacht! Wo ist die denn? Warte mal! Buflo! Hier liegt etwas! Hä? Was liegt denn hier? Der hat Raketenwerfer fallen lassen! Warte mal! Lass ab! Oh, nur zwei Munitionen! Och, Mann! Ey, die sind in diese Richtung gelaufen, oder? Ich glaub schon! Lass uns die mal verfolgen! Leute, wir müssen die verfolgen! Vielleicht finden wir mehr heraus, wie wir zu Smiling-Kritters werden! Bzw. zu Mutanten-Smiling-Kritters! Um uns an der Schule zu rächen! So! Let's go! Buflo, wir haben's gefunden! Alter, guck dir das an! Hier sind so viele Mutanten! So, hier ist ein Wassereimer! Oh, perfekt! Wir haben aber nur drei Schuss, also einmal einen, der drin ist, und zwei weitere! Die können wir auf jeden Fall benutzen, ja? Deswegen geht's jetzt ab nach unten, Leute! Lasst ein Like da und schreibt ein cooles Kommentar! Stimmt eigentlich! Und? Okay, Leute! Jetzt die Frage, wie machen wir das, Buflo? Ich weiß nicht, ein Überraschungseffekt, oder? Ja, würde ich auch! Ich weiß nicht, ob die uns schon sehen, so, schnell, schnell, schnell! Ja, ich beeile mich! Oh nein, nein, da kommen schon welche auf uns zugelaufen! Ehrlich? Nein, da kommen noch mehr! Ach so! Ja! Oha! Greif sie an, die Eindringlinge! Oh, okay, okay, okay! Let's go! Hoppy, hopps, Scotch! Alle sind hier! Alter, was ist das für ein Mutanten mit Boxiboo? Oh, okay, ich hab angegriffen! Wir werden attackiert! Vergreif die Eindringlinge! Oh nein! Du musst vorsichtig sein! Ja, ich weiß! Ich sammle die ein und du machst dann, weil wir nur noch zwei Schüsse haben! Okay, okay, und doch, ich hab mehr Schüsse! Glaube ich, oder? Sammle die ein, okay, okay, sammle die ein! Wir müssen die auf einen Schleck, Leute, bringen! Ja, ich sammle die ein, hier! Oh, die verfolgen mich! Ich bin ein, äh, ich bin kein Smiling-Kritter! Oh, richtig gut! Spielen in Köder! Spielen in Köder, Buffalo! Ah! Das sieht so gefährlich aus hier! Oh, das ist so gefährlich, was wir hier machen! Oh! Okay, so langsam, die ein paar! Soll ich einfach einmal schießen? Ja! Ähm! Okay, 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 hast du welche erledigt? Ja! Ich hab'n großen erledigt! Okay, ich probiere hier, paar noch zu erledigen mit dem Schwert! Alter, der hat einfach ein... Alter, Leute! Jetzt, 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 oder jetzt hier! Wo bist du denn? Hier hinten! Hinter dem Haus, wo du gerade schon warst! Okay, 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 ich komm' jetzt auch! Ich hätte, dass ich auf den Baum gehen sollen, Buffalo! Egal! Ja! Perfekt! Ich hab'n paar getroffen! Ich hab'n paar Schuss! Ich hab'n paar Schüsse! Die Raketen sind Aufladung! Ich kann mit dir an der Rakete viermal schießen, Buffalo! Ach so! Ja, 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 ja! Und PAM! Ja, Leute! Okay, okay, ich hab'n noch eine Aufladung! Das ist die letzte Aufladung! Müsst du die alle nochmal sammeln? Oh, Leute! Wir müssen das hinkriegen! Ich glaube, das ist ein großer Haufen, den du schnell machen kannst! Den Rest können wir per Hand machen! Okay! BAM! Perfekt! Und geh' mal zur Seite! Geh' zur Seite! Und ich lauf' weg! Ich lauf' weg hier! Ah! Ah! Okay, das war's mit meinen Raketen! Jetzt alles per Handarbeit! So! So viel Leben haben die eh nicht mehr! Und die haben ein Schadnesschwerter! Oh! Let's go! So kämpfen, na? Oh! Das ist Hand zu haben! Und, Leute! Dann wollen wir mal! Oh, ich haue! Haben die gleich alle erledigt? Ach, wie die aussehen! Komm, man hat einfach PJ Picklepiller als Schwert! Ja, hab' ich auch schon gesehen! Richtig krass! Ah, wir müssen hier in Basis... Oh, 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 oh! Was ist denn hier los? Was ist denn passiert? Ist hier eine Basis? Eine unterirdische... Was ist das denn? Hä? Alter! Okay, Leute! Wir müssen hier lang gehen! Oh, Flo! Wir müssen die Basis von dem finden! Hier! Guck mal! Hier sieht's so aus! Ja, Leute! Hier sieht's auf jeden Fall sehr wie ein wissenschaftlicher Raum aus! Hier geht's auch runter! Okay, Leute! Damit wir die Mutantenentwicklung haben, müssen wir jetzt hier runter! Deswegen drückt uns einfach alle mal die Daumen! So, ich versteh das! Vielen Dank, ihr seid die Besten! Was denn? Draußen sind Maschinen, die machen da Mutanten! Ich glaube auch, Leute, die machen die Mutanten! Wir, Team Dandy, die coolste Schildkröten-Gang, werden jetzt hier runtergehen! Okay, Leute! Oh, nein! Was ist denn hier los? Okay, ich rutsche hier auch richtig! Okay! Und! Wow! Alter! Okay, Leute! Der nächste Sprung! Okay! So, Leute! Wir müssen uns auf jeden Fall... Hört ihr diese blubbernde Lava, wie die aussieht? Sieht ja richtig heiß aus auf jeden Fall! Da will ich nicht reinfallen! Und geschafft! Okay, Leute! Dann wollen wir mal weiter! Wow, wow, wow! Autsch, 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 autsch! Okay! Okay, okay, okay! So! Autsch! Laser! Ach, du Heilige! Was machen wir denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt hier, Bufflo? Dreh dich mal um! Oh, da war ja was! Das hab ich gefunden! Du hast es aufgesammelt! Das hab ich oben gefunden! Alter, Jetpacks! Warte mal! Ich will es fliegen? Ja! Okay! Wir müssen vorsichtig sein! Das ist nicht so einfach! Okay, Leute! Ich hab' ne Idee! Pass auf! Einfach hier an den Rand! Ja, ich bin unten! Okay! Ja! Ich hab's geschafft! Bufflo! Ich komme! Ich komme schon! Okay, Leute! Wir sind in einem ganz komischen Raum, wo überall... Ah! Ha! 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 Leute, das war... Eine ganz knappe Nummer! Ähm... Ist die Frage... Hier sind überall Türen! Aber nur eine ist wahrscheinlich... Aber welche Türen nehmen wir denn? Kann ich test jetzt mal ein paar? Alter! Oh! So, man kann ja hier die Luke so benutzen, okay? Okay, Leute! Guck mal! Wir können jetzt einfach da drauf... Auch falsch! Vielleicht hier? Vielleicht hier? Oh, ich glaub, das ist der richtige! Oh, ich mach direkt wieder zu! Vielleicht gehst du hier... Warum? Was war da? Da war auf jeden Fall Gegner, aber vielleicht gehst du in einen anderen Raum, der sicherer ist! Okay, der auch nicht! Nee, hier auch nicht! Hm... Hier ist nix! Wir haben alle Türen schon aufgemacht! Haben wir nicht! Also... Jetzt aber! Wirklich? Hier ist noch eine! Und die letzte Tür! Okay, Leute, das ist der Raum hier! Okay, wir müssen... Macht aber auch Sinn! Guck mal, das ist die einzige Tür, die mit so einem Block verbunden ist! Mit so einem Jump'n'Run-Block! Das stimmt! Okay! Sobald wir da reingehen, Buffalo... Wir müssen ein Schwert in die Hand und dann werden wir alle zerstückeln! Okay! Okay, dann rein da! Zwei! Eins! Ah! Ach, du Heilige! Okay! Okay, okay, okay! Ergreif die! Oh, let's go! Let's go, let's go! Okay, okay, okay! Die dürfen nicht zum Meister kommen! Wow! Ich bin Level 99! Wir haben so viele Herzen! Warte mal! Ich bin... Eine Mutanten-Hobscotch-Version! Hobby-Hobscotch! Okay, let's go! Oh, wir sind stark! Alter, wir haben viel Leben! Alter, wir wollen hinten die Buffalo! Warte, zeig mal du! Ja, versteck dich mal! Warte! Warte, ich versteck mich! Und go! Hä, wo bist du? Ich bin hier drin! So, mach eins gegen eins gegen den Buffalo! Ich guck zu! Okay, okay! Guck mal hier! Und zack! Alter, du bist stark! Wow! Und guck mal, wie ich stehe! Ich erschrecke! Komm her! Ich verschrecke ihn! Der wird ja nicht damit rechnen! Und... Ähm! Bang! Der arme Leute! Let's go! Okay, wir sind in so einem Dorf! Ähm... Sie liebt mich! Sie liebt mich nicht! Wir reden da! Jemand hat da... Sie liebt mich! Sie liebt mich nicht! Hat da jemand Herzkummer? Äh, ich kenn den Waldes Haus! Wurde dein Herz gebrochen? Ich brech gleich dein Herz! Äh! Komm her, weil du mich stürmiert hast! Alter, du bist so groß! Was? Warum ist er immer so groß? Wow! Okay, okay! Leute, let's go! Der ist echt ziemlich riesig! Ja, ja, ich... Oh! Und weg! Okay, okay, okay! Bam! Der hat echt viel Leben! So! Das geht nicht! Du kannst doch nicht einfach in meine geile Hülle kommen! Tja, Freundchen! Ich will Rache an alle Smiling Critters haben! Und? Perfekt! Und, let's go! Komm schon, wir schaffen das! Ja! Wir haben es geschafft! Leute, ich bin einfach Cat-Nap! Ah! Warte mal! Ah! Komm her, Cat-Nap! Doktel! Horror, Doktel! Verfolgt mich, Leute! Ich schwebe in größter Lebensgefahr! Ich muss mich irgendwie in Sicherheit bringen! Oh Mann, Leute! Ich bin doch nur ein süßes Cat-Nap! Schnell, schnell, schnell! Ah! Lass dich nicht verstecken! Ah! Oh, ich bagge rum! Leute, ich hab'n Problem! Ah! Hilfe! Komm raus! Hilfe! 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 Hä? Das ist doch mein Erzfeind und da schreit jemand um Hilfe! Da muss ich mal ganz schnell hin! Hilf mir doch jemand! Hier kann niemand helfen! Hier ist niemand! Hä? Wer bist du denn? Hör auf, Doktel! Ja, wer ist denn? Also, lass ihn in Ruhe, wer da auch immer im Haus ist! Ja, hilf mir! Ich bin der kleine Cat-Nap! Nie war es, wenn ich die Ruhe lassen! So, ich werde dich auch erledigen! Komm her jetzt! Niemals! Ah, warte mal! Was geht denn da ab? Warte mal, da hat doch jemand gekämpft! Warte mal, wer ist da? Kann ich die Tür aufmachen? Ist die Tür, ist es sicher? Also, ich denke schon, außer du bist ein Erzfeind! Oh, warte! Du siehst, warte mal, du siehst ja fast so aus wie ich! Cat-Nap! Ich bin ein Baby-Cat-Nap, weißt du? Oha! Gut, dass ich dich gerettet habe! Wo sind deine Eltern? Ich wurde... Keine Ahnung, ich hab keine Eltern! Ich bin ein Waisenkind! Oh, okay, das ist nicht gut! Du siehst noch ziemlich schwach aus! Das darf ich nicht... Nee, das darf ich nicht zulassen! Du kommst mir mit und ich werde dich trainieren! Oha, Leute! Ich werde von einem richtigen Cat-Nap adoptiert! Welches Level bist du? Level 50? Oha, ich bin ein bisschen höher! 55! Oha! Okay, Leute! Let's go! Oh! Wir sind endlich da, glaube ich, oder? Ja, das ist mein Trainingslager! Hier werde ich dich ausbilden! Oha! Krass! Hier, Leute, werde ich erfahren Level 999 erreichen, hoffentlich in diesem Video! Also, bleibt bis zum Schluss dran! Oder abonniert den Kanal, schreibt ein süßes Kommentar, dann blende ich euch ein Video ein! Warte mal, was ist das für ein Haus? Das sieht aus wie ein Kratzenbaum! Ja, das ist unser Zuhause! Das ist ein schöner Kratzbaum! Kratzbaum! Ja, kann ich... Warte, ich kratze mich mal kurz! Oha, nice! Okay, dann wollen wir mal rein, oder? Ja, geh du schon mal rein! Okay, so, let's go! So! Äh, warte mal! Wie bist du so schnell hier reingekommen? Äh, Zaubertrick! Zaubertrick! Hast dich einfach teleportiert, krass! Okay, was muss ich denn als erstes machen, um abgegradet zu werden? Weißt du was? Erstmal alle Familienmitglieder besuchen! Geh mal nach ganz oben! Oh, Leute, guck mal, wie hoch es da geht! Oh, warte mal! Oh, ein bisschen rum, aber ich krieg da schon gleich hin! Moment! Oh, geschafft! Äh! Warte mal, wer bist du? Du siehst so alt aus! Deine Farbe ist komplett verblasst! Hallo, ich bin ein sehr, sehr alter Catnap! Ein sehr, sehr alter Catnap! Wie alt bist du denn? Über 100 Jahre alt! Und welches Level bist du? Leider nur 50 geworden! Leider in diesem Leben nur 50 geworden! Vielleicht im nächsten Leben! Katzen haben ja mal sieben Leben oder so! Okay, was muss ich denn als nächstes machen? Ich bin voll verwirrt hier bei diesem Trainingscamp! Oh, du bist also ein Neuling! Ja? Das ist kein Problem! Mein Sohn ist der Beste, der wird dich ausbilden! Okay, soll ich wieder runtergehen, oder wie? Leute, kommt raus hier! Warte mal, Leute! Habt ihr das gehört? Äh, wer hat da geredet? Ah! Horror, Huggy Wuggy! Greift uns an! Oh nein! Wo bist du? Der ist so unwahrscheinlich Catnap! Ich verstecke mich, Leute! Ei, 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 ei! Ah! Komm her, Catnap! Was willst du denn hier? Verschwinde von hier! Das ist mein Lager! Ich bin Huggy Wuggy und ich werde euch alle erledigen! Du, was willst du gegen mich ausrichten? Hm, ich zeig dir, was ich machen kann! So! Komm, ich werde dich erledigen! Meine Schwarzstelle! Und du wirst nie wieder hierher kommen! Ah, nein, Wolkisse, meine Schwarzstelle! Nein! Nein, 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 nein! Das kann nicht sein, der ist viel zu stark! So, du entkommst mir nicht! Niemals wirst du mir entkommen! Nein! Ah! Ah! Nein, 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 nein! Oh, Leute, ich gehe einfach mal raus! Mal gucken, was... Alter, hier brennt es ja überall! Catnap! Hast du ihn erledigt? Natürlich habe ich ihn erledigt! Guck es dir an! Alter, der war zu gruselig! Ei, ei, ei! Alter, der liegt ja einfach rum! Was hast du benutzt? Ein Flammenwerfer? Ja, das brennt ja noch alles! Wir müssen das mal ein bisschen löschen hier, so! Alter, du hast ihn zum Schlafen gebracht! Ist das nicht deine Spezialfähigkeit als Catnap? Ja, natürlich schläft er gerade! Oh, krass, Leute, Catnap kann nämlich Leute zum Schlafen bringen! Richtig krass! Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Training, oder? Ja, wir fangen ganz vorne an! Komm mit! Okay, Leute, ich bin ja echt gespannt, was ich hier machen muss! Ich bin doch nur ein süßes Catnap, Leute! Kennst du eigentlich den YouTuber Dandy? Dandy? Ja, das ist mir etwas! Der ist voll bekannt, weißt du! Okay, was muss ich hier machen? Du musst jetzt deine Spezialfähigkeit machen und da hochspringen! Äh, okay, warte, wie kann ich meine Spezialfähigkeit... Spezialfähigkeit? Ah! Ich kann einfach Wände hochklettern! Stimmt, ich bin ja eine Katze! Ah, es ist so hoch! Mache ich das gut? Sehr gut, sehr gut! Okay, Leute, er sagt, ich mache das sehr gut! Oh, ist das hoch, Leute! Wie viele Meter sind das? 500? Hallo? Äh, das ist ein bisschen mehr! 501! Okay, und ich muss da jetzt rein? Ja, du musst in dieses kleine Wasserbecken springen! Okay, Leute, lasst mal bitte alle einen Daumen nach oben! Da einfach mal das Video liken, dann kriegt ihr so eine coole Animation beim Liken! Ganz wichtig! Dann springe ich runter! Okay, let's go! Ich hab's geschafft! Das war ziemlich knapp! Ja, aber knapp ist ja auch geschafft! Okay, okay, erste Prüfung geschafft, oder? Ja, siehst auch schon viel besser aus und ziemlich stark! Ja! Und jetzt musst du jetzt noch den Hindernislauf machen! Okay, Leute, den Hindernislauf, den sollte ich auch noch hinkriegen! Und go! Oh, oh, oh! Und? Oh, nicht schlecht! Perfekt! Null Fehlerpunkte! Wow, ich bin Level 50, ich hab drei Reihenherzen und wow, ich bin ja du! Ich bin ja du! Aber warte mal, ich bin schon einen Ticken größer! Wobei, ne, ich stieg, glaub ich, auf diesem Ding! Ne, wir sind genau gleich groß! Und warte mal, ich hab hier einen Zauberstab, was kann ich damit machen? Moment! Ne, pass auf! Kann ich irgendwie... Ah! Ich hab grad einen Witz auf dich geworfen! Sorry! Und ne Laserpistole! Okay! Was muss ich als nächstes tun? Ich will noch stärker werden! Ich bin jetzt Level 50! Ich will in diesem Video nämlich Level 999 erreichen, weißt du? Du musst jetzt erstmal hier mit dem feinen Bogen das gelbe Ziel treffen! Das gelbe Ziel, okay! Okay, Leute, das sollte eigentlich machbar sein! Geh mal aufs den Weg! So! Ah, nicht ganz! Ach, warum ist das so schwer? Also, du musst dich auch mal langsam anstrengen hier! Ich hab getroffen! Ich hab getroffen! Oh, nicht schlecht! Okay, so! Hey, ihr beiden da! Guck mal! Wer redet? Da ist es der kleine... Der Opa? Catnap-Opa? Ja, ich glaube schon, dass es der Opa ist! Lass uns mal schnell hingehen! Okay, der hat... Oh, was geht denn hier? Ei, ei, ei! Okay, Leute! Problem anscheinend... Oh, ich... Da braucht man sich die Wände nicht hochklettert! So! Jemand sucht! Der Opa will was von uns, Leute! Deswegen gehen wir schnell nach oben! Wow, wow, wow! Kommst du? Ja, ja, ich komm schon! Opa! Ihr beiden! Ja? Ihr habt mein Problem! Was denn? Deine Stadt, wo mein Sohn dich gefunden hat, wird angegriffen! Die Minecraft-Stadt? Die beste Stadt in ganz Minecraft? Ja! Die wird angegriffen! Okay, die müssen wir verteilen! Weißt du, wem die Stadt auch noch gehört hat früher? Äh, nein, das weiß ich nicht! Egal, das ist nicht ein andermal! Okay, soll ich da jetzt alleine reingehen? Ähm, da ich dich trainiert habe und schon ziemlich stark bist, wäre das eigentlich eine perfekte Herausforderung, um zu sehen, ob du jetzt stark genug bist! Okay, Leute, wir gehen jetzt in die Minecraft-Stadt von uns und verteidigen sie als neuer Catnap! Aber bleibt dran, denn ich werde noch Level 999 erreichen! Wie das aussieht, das wollt ihr nicht verpassen! Leute, wir sind wieder in unserer Stadt, über unserem Haus! Und da hinten werden wir angegriffen von den Smiling Critters! Oha, Leute, das lassen wir uns nicht gefallen! Wir werden uns verteidigen mit der Kraft des Zauberstabes! Lass uns... Hilfe, Hilfe! Wer redet da? Buffalo? Hinter dir! Ah, Buffalo, es geht! Kannst du die Stadt beschützen? Die greifen uns an! Okay, nehmt das! Oha, Leute, wie krass! Das ist richtig krass! Ich gehe schnell nach Hause, okay? Schnell, ich gehe nach Hause! Ich bringe auch Andy in Sicherheit! Okay, Leute, ich habe eine richtig... Da geht Buffalo nach Hause! Den konnten wir schon mal retten! Und jetzt kann ich hier richtig... Oha... Warte, ich kann... Warte, ich habe eine richtige Idee! Leute, wir werden jetzt immer alle hier... Oh, ich muss das aufladen! Oha! Okay, Leute, alle... Leute, greift Catnap an! So! Oha! Okay, wir haben ein Problem! So! So, wir alle hierher kommen! Alles schön! Du hast keine Chance! Du bist alleine, Catnap! So, wir laden den Zauberstab unten links! Aufgeladen! Und jetzt? Einmal gedrückt halten, Leute! Guckt mal, wie die alle drauf gehen! So! Oha! Geht doch jetzt drauf! Aua! Das ist nicht schwer! Okay, Leute, richtig gut! Oh, Leute! Okay, mein Zauberstab! Und jetzt? Und man musste wieder vom Baum runterkommen! Ich bin eine Katze! Ich werde niemals vom Baum runter sorgen! Und jetzt werde ich mit meinen ganzen Fähigkeiten... Die mit dem ganzen... Oh, einfach rechtlich halten! Und wenn die einen nach dem anderen drauf geht, Leute! Mit meinem Kettenblitzschlag! Guckt mal! Das ist nicht fair! Wir müssen den Baum fällen, Leute! Ja, das schafft ihr niemals in der Zeit, bis ich... Ich erledige euch innerhalb von 20 Sekunden maximal! So, Leute, die Hälfte ist schon weg! Und noch ein bisschen... Geht doch drauf! Meine Güte! Okay, wir haben sie... Oh, das sind noch ein paar! Geht! Okay, okay! Und? Sie gehen down! Ja! Das ist nicht fair! Katnap ist so stark! Ja, ich bin unbezwingbar, Leute! So, wir haben es gleich! Okay, einfach nur gedrückt halten! Und wenn ich einmal jetzt meine Maustaste loslasse, dann lädt sich mein Zauberstab wieder von vorne! Deswegen einfach gedrückt halten! So! Und dann musst du eine Pause machen! Und dann ergreifen wir dich! Nein! Oh, ja! Jetzt muss ich eine Pause machen! Mist! Die haben vollkommen recht! Okay, und jetzt gehe ich runter! Oh, jetzt haben wir ihn, Leute! Oh! So, Leute! Aber wir haben die aber auch jetzt hier erledigt! Und? Perfekt! Den Rest mache ich jetzt aber so! Ey, du Küken! Komm her! Ich bin unbezwingbar! Ihr könnt gar nichts mehr ausrichten hier! So, Leute! Jetzt haben die gar keine Chance! Zack, zack! Guck mal, wie krass ich treffe, Leute! Ich werde jetzt alle wieder auf... Wir werden gar nicht krass! Du triffst uns gar nicht! Doch, ich werde jetzt alle auf einen Punkt locken, Leute! Guck mal, ich trickste jetzt richtig krass aus! So, jetzt kommen die! Zauberstab aufladen! Kommt her! Ich habe eh viel zu viele Herzen für euch! Und jetzt den Rest! Oh, der... Ah! So, Leute, Leute! Wir haben es gleich! Wir haben es gleich! Ja, wir haben die Stadt gerettet! Ah, geschafft! Und... Ich will nicht runterspringen! Nein, lass mich in Ruhe! Upi! Alter Mann! Du wirst jetzt runterspringen! Mir egal! Was? Nightmare Kidnap? Ich will das nicht! Nein! Ah! Nein! Oh, nein! Er hat den... Ho, 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 ho! So, gehört es alles mir hier! Ich gehe jetzt wieder zurück nach Hause! Nein! Nightmare Kidnap hat den alten Mann erledigt, Leute! Und da haut er ab! Ah, bleib stehen! Ich erledige dich! Ah, bleib stehen! Wie kannst du mir das antun? Du Monster! Mann, das ist wie zu schnell! Oh, da ist er weg! Nein, der hat deinen Vater erledigt! Nightmare Kidnap! Ich muss dir was erzählen! Es gibt mehrere Varianten von Kidnap! Wie mehrere Varianten? Wie? Es gibt einmal die Nightmare Kidnap, die du gerade gesehen hast, der mein... Ah, mein Vater... ...gemacht hat! Ja! Und dann gibt es noch... Und dann gibt es noch uns! Und was sind wir für Kidnaps? Wir sind die Mutanten-Catnaps! Wir werden können noch stärker werden! Noch stärker? Und wir sind auch die Guten, oder? Ja, natürlich sind wir die Guten! Okay, ich kann noch stärker werden! Was muss ich denn dafür tun? Ich will mich rächen an ihm! Für dich und für die Community! Das Nightmare-Dorf ist hier ganz in der Nähe! Aber glaub mir, da willst du nicht hin! Davon kriegst du Albträume! Oh nein, ich muss stärker werden, dass ich die alle erledigen kann! Dann werde nochmal hier diese Armee ausschalten und ich glaube, das sollte reichen! Dann kann ich vielleicht ein Level 999 erreichen! Bestimmt! Okay! Wie stark sind die denn eigentlich? Oh, die sind schon gar nicht mal so schwach! So, jetzt trau dich! Ja, ich trau mich schon, Leute! Ich muss kurz einmal nachladen! Und ich muss jetzt einmal hier rein! Aber ich bin zu dick! Kappe! So! Okay, jetzt glaube ich, soll das gehen! So! Ein Graf! So! Ich benutze meinen Zauberstab! Let's go! Alter, wie das aussieht! Okay, okay! Warum? Warum wir? Warum ihr? Keine Ahnung, ihr seid halt die bösen Quitter! Ihr seid nicht die Netten! So! Ihr gehört nicht zu den Mutanten! So, Leute, ich mach das richtig gut hier! Mache ich das gut, Meister? Ja, du machst das richtig gut! Okay, Leute! Weiter, 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 weiter! Und... Komm schon, geht doch drauf! So, weiter geht's! Ja! Okay, Leute, ich muss alle treffen! Aber ich muss da ran! Zum Glück habe ich so viel Leben! Ah! Ja! Ich muss die treffen! Du musst doch ein bisschen ausweichen! Ja, aber es geht nicht! Man kann ja nicht ausweichen und angreifen! So, das geht doch gar nicht! So! Okay, Leute, und den letzten Mal mit so... Midi-Level! Wow! Ich bin Level 990! Warte mal! Wow! Wie sehe ich denn aus? Oha! Oha! Das hat funktioniert! Du bist endlich ein Mutanten-Catnap! Ich kann fliegen! Oh, nicht schlecht! Alter! Ich will hier mal was testen! Ja, natürlich! Dreh dich mal um! Ja! Probier dir mal zu schlagen! Äh... Warte mal! Oha! Bin ich so stark, dass ich mit meiner bloßen Faust einen Kriter umknocken kann? Ja, ich glaube schon! Pass auf, nicht mich! Äh, ich wollte es gerade ausprobieren, sage ich dir ehrlich! Okay, Leute! Ich bin ja Giga-OP! Wow! Okay, du musst mich zu dem Dorf führen, oder? Ja, komm, wir gehen jetzt zum Dorf! Ist es sehr weit weg? Ja, es ist ein bisschen weiter weg! Wir müssen in diese Richtung! Okay, let's go! Alle, hey, Catnap! Ich habe den alten Herrn von den Mutanten erledigt! Wir können zu den Kratzbaum gehen! Die wollen... Leute, los! Hin da! Wir können dahin gehen! Endlich! Die wollen den Kratzbaum der Mutanten erledigen! Mann, Leute! Ich muss auf jeden Fall den Kratzbaum verteidigen und die Mutanten erledigen! Also, beziehungsweise die Mutanten retten! Und die Nightmares erledigen! So! Und das werde ich auch schaffen! Das hat niemals mehr wer aufhalten können! Das ist denn der? Der weiß doch gar nicht, wie ich aussehe, Leute! So, da fliege ich mal hin! Nightmare-Catnap! Guck mal, wer dein Gegner ist! Äh, Catnap? Sowas habe ich noch nie gesehen! Tja, es gibt immer ein erstes Mal und ich bin hier, um euch aufzuhalten! Lasst unseren Kratzbaum in Ruhe! Und ich will Rache für den alten Opi! Oh nein! Oh, Leute, ergreift ihn! So, ich werde jetzt hier alle erledigen! So, Leute! Der Nightmare, den speie ich mir zum Schluss auf! So, Leute! Zieht euch mal rein, wie OP ich bin! Komm runter, du komischer Mutant! So, einmal aufladen! Oh nein, die haben hier Geisel, Leute! Wir müssen auch die Bürger hier retten! So, einmal aufladen! Hör auf zu fliegen! Oh, jetzt habe ich hier richtig viel kaputt gemacht! So, einmal nachladen! Lass eins gegen eins machen! Komm runter! Ich mache gleich eins gegen eins gegen euren Boss! Keine Sorge! Nein, ich habe einen der Bewohner erledigt! Das wollte ich nicht! Es tut mir leid! So, ich bin stolz! Ne, was ist das? Ah! Hör auf! Ich kämpfe jetzt gegen dich! Du kämpfst gegen mich? Ne! So, komm her! Okay, ich habe mich auch umentschieden! Freundchen! Okay! Jetzt das eins gegen eins! Komm jetzt her! Ja, ich komme doch! Komm her! Guck mal, mit meiner Faust war ich schon so viel Schaden! Äh, oha! Okay, komm her! So, wer ist stärker? Guck mal, wie Schaden ich mache! Guck mal, wie viel Herz ich mache! Oha! Ich mache auch so viele! Ja, stimmt! Der macht auch echt so viele! Oh, aber kannst du fliegen? Ah, leider nicht! Oh, Leute! Oh, Guck, du bist jetzt mein neues Haus! Die kommen jetzt! Keine Widerrede! Nein, ich möchte hier bleiben! Nein, du kommst jetzt mit! Du bist mein neues Haus! Nein, ich bleib hier! Nein, Hilfe, Blitzer! Die Strafe Gottes! Nein! Hä? Bin ich im Himmel? Wer bist du denn? Nein, ich bin Gott! Und ich habe mitbekommen, wie du Dog Day behandelt hast! Oh, es tut mir leid! Das wollte ich nicht! Und als Strafe dafür wirst du als Dog Day wiederbelebt! Als Dog Day wiedergeboren? Nein! Wow! Aha! Was ist mit mir los? Was ist mit meiner Hand? Ah! Was ist mit mir los? Ah! Ich bin als Dog Day wirklich wiedergeboren worden! Nein! Ich bin Level 1! Oh, nein! Huggi, Huggi! Da ist ein Neuer, der als Dog Day wiedergeboren ist! Nein! So, den nehmen wir mal mit! Nein! Jetzt werde ich als Strafe selber an die Leine geführt! Oh, nein! Womit habe ich das verdient? Es tut mir leid, was ich dem anderen Dog Day angetan habe! Lass mich bitte gehen! Nein, niemals! Du bleibst hier jetzt, bis jemand kommt und dich adoptiert! Nein! Oh, nein, Leute! Ich werde hier gefangen! Einen Namen von Huggi Wuggi! Ei, ei, ei! Und das sind weitere Dog Days, die hier auch gefangen genommen werden! Wie geht's dir? Mir geht's gut! Was hast du getan, dass du als Dog Day wiedergeboren bist? Ich hatte einen Dog Day als Haus, den habe ich nicht sehr gut behandelt! Und das ist jetzt meine Strafe! Oh, nein! So ein ganz schlimmer bist du! Es tut mir leid! Wir müssen ja irgendwie ausbrechen! Hast du eine Idee wie? Äh, warte mal! Äh, warte mal! Wo ist deine Leine? Warte mal! Der hat meine Leine nicht richtig drangemacht! Ich kann er abhauen! Aber ich muss aufpassen, dass Huggi Wuggi mich hier sieht, Leute! Wie mache ich das? Schreibt's in die Kommentare! Ich muss mich irgendwie hier... Ja, der Käufer müsste gleich da sein! Ist das ein Käufer? Ich will nicht gekauft werden, Leute! Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt mir dieses Kommentar, damit ich hier rauskomme! Und abonniert natürlich! Äh, wie kann ich hier wegkommen? Wir sind die Nightmare Cat Naps und wir dulden keine Widerrede! Hier werden meines Wissens noch irgendwelche Dog Days gezüchtet! Das können wir natürlich nicht zulassen! Wir werden hier alles in die Luft sprengen! Na, ha, 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 ha! Und zwar hier werden die gemacht! Weg damit! Let's go! Wo geht ihr? Ich dachte, der Käufer kommt! Oh, nein! So, okay, dich muss ich erledigen, Cat Naps! So, ich werde jetzt hier alle... So! So, und dann kommt einer! Naja, der wird bestimmt kein Problem sein! Ich habe erledigt! Ich werde Nightmare Cat Naps Bescheid geben! Oh, Leute! Ich bin gerade zu entkommen! Ich bin der einzige Überlebende! Das muss ich mir zunutze machen, Leute! In diesem Video werde ich Level 999 Dog Day Mutant erreichen! Wenn ich das nicht verpassen wollte, bleib bis zum Schluss dran! Und warte mal, was ist das denn? Ein kaputtes Haus? Ist das... Pfundt hier jemand? Hallo? Leute, ich kann hier, bis ich krass geworden bin, einziehen! Aber ich muss das ein bisschen reparieren! Und zwar nehme ich jetzt hier ein bisschen Holz, ein bisschen Glas! Und dann... Oh, nein! Dann reparieren wir das Ganze so! Wir müssen mal hier ein bisschen Glas reintun! So! Und... So, Leute! Und dann zack, zack! Okay! Haben wir überhaupt hier eine Kiste? Warte, hier ist eine Kiste! Wow! Eine Tesla-Garten! Yeah, Leute! Wir sind zwar erst Level 1, aber haben schon mal was richtig krasses! Okay! Wollen wir den Garten pflegen? Was ist denn da los? Da ist ja ein Haufen voller Smiling Critters! Wollen die sich an mich rächen, weil ich ein Fake-Dog-Day bin? Ich habe keine Ahnung, Leute! Wie geht der... Wer ist in unserem Haus? Nein, das ist deren Haus! Das war ein Fehler! Ah, Leute! Da ist ein Fremder in unserem Haus! Nein! Das ist jetzt mein Haus! Ach, du Heilige! Jetzt habe ich ein Problem, Leute! Niemals fremdes Eigentum irgendwie wegnehmen! Ach, du Heilige, Leute! Ich werde hier niemals lebend rauskommen! Okay, ich muss auf den Hügel! Wann kannst du deine Zukunft sehen? Nein, ich werde euch alle erledigen! Nein, du hast doch gesagt, dass ihr nicht lebend rauskommt! Ja, ihr kommt nicht lebend raus, hoffentlich! So, Leute! Okay, ich muss jetzt richtig... Oh, ach, du Heilige! Ich glaube, am schlauesten wäre, wenn ich das Haus aufs Dach gehe, oder, Leute? Was sagt ihr? Ach, du... Leute, was ist das? Das ist wie... Ach, du... Nein! Nein, 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 nein! Oh, nein! Okay, Leute! Jetzt habe ich einen Vorteil! Und den werde ich nutzen, Leute! So, was wollt ihr jetzt machen? Jetzt bin ich viel krasser als hier! Und die da hinten auch noch! So! Warte nur ab, bis Papa kommt! Wer ist denn Papa jetzt? Oh, nein! Ich brauche einen Upgrade, Leute! Ich muss die schnell erledigen! Dann werde ich Level 50 erreichen! Dann werde ich noch viel krasser aussehen! Okay! So! Oh, da sind schon noch ein paar, aber wir müssen auf jeden Fall Level 50 irgendwie kriegen! So! Und... So, Leute! Oh, warte mal! Nein! Oh nein, die haben ein Problem! Seht ihr da, wer kommt? Mutanten-Catnap! Das ist wahrscheinlich deren Anführer! Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, da kommt der! Oh! Warte, die... Haben die gerade angegriffen? Ich glaube, die haben den angegriffen! Er ist im Wohnz auf Haus! Oh nein, übersteckt mich, Leute! Ah! So, ich hab's gleich, Leute! Schnell! Warte, Mutanten-Catnap! Oh nein! Ah! Und da oben ist ja auch noch! Hör auf! Wie, hör auf! Oh nein, ich hab ein Problem! Meine Familie hat's los erledigen! Ich muss mich doch verteidigen! Lass mich in Frieden! Ich hab doch gar keine Chance gegen dich! Nein! Bitte, lass mich in Frieden! Hier, ein Stück Fleisch! Bitte, bitte! Oh nein! Lecker! Oh, liebe Freunde, kannst du mir verzeihen? Bitte! Das sieht so aus, als ob ich einen Hund verzeihe! Oh nein! Hilfe! Kann mir denn keiner hier! Ah! Hilfe! Ich bin kein Zirkusveranstalter und ich bin nach der Suche nach Talenten für meinen Zirkus. Ist hier jemand? Hilfe! Hilfe! So, für dich ist es jetzt hier vorbei! Da braucht jemand meine Hilfe! Ey, du Catnap-Mutant! Lass diesen Dogder in Ruhe! Was würdest du, du Clown? Ich bin kein Clown! Ich bin ein Zirkusveranstalter und den Doktor? Den könnte ich eigentlich gebrauchen! Ich rette dich! So, komm her! Ah, warum kann ich den nicht treffen? Hey, was ist das? Ich bin nicht besiegbar! Ich bin Kane! Der Krasseste! Ah, nein! Lass mich hier raus! Ah! Ich hab dich gleich besiegt! Freundchen! Komm her! Perfekt! Ey, Kleiner! Geht's dir gut? Natürlich! Natürlich! Vielen, vielen Dank! Wer bist du? Ich! Ich bin Kane! Willst du eine Attraktion in meinem Zirkus sein? Ja, als Dank werde ich alles für dich tun! Alter, was ein riesiger Zirkus, Kane! Wir sind hierher gezogen und wollen einen Zirkus aufbauen! Einen Zirkus! Vielen, vielen Dank! Aber ich bin auch viel zu schwach! Ich muss doch noch Level 50 erreichen! Aber ich weiß nicht, wie! Ja, das ist kein Problem! Ich kann hier dich verzaubern, dass du viel besser aussiehst! Oh, wirklich? Okay, Leute! Ja, natürlich! Okay, es geht los! Wow! Wow! Wie sieht die Hinschänder aus? Ich hab mal abgeholt bekommen! Und bin Level 50, hab so voll viele Herzen! Krass! Was ist meine Fähigkeit? Nicht schlecht! Kann ich irgendwie was Cooles machen? Wie zum Beispiel irgendwelche Wände hochklettern? Kann ich Wände hochklettern? Weiß ich nicht! Ich teste es aus! Oh, ja! Guck mal! Ich kann Wände hochklettern! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Okay! Aber ich hab ne Idee! Ich muss mich an Nightmare Catnip rechen, weißt du? Nicht mehr Catnip? Oh! Da musst du dich noch weiter trainieren! Da hab ich ne richtig gute Idee! Warte, ich muss noch... Warte, ich kann noch krasser aussehen! Wie denn? Mutant oder was? Ja, du kannst so einen Mutanten werden! Wie denn das? Was für ein Level brauche ich denn dafür? Level 999! 999! 999? Wie krieg ich das denn? Oh, hier in der Nähe gibt's was ganz Geheimes! Eine ganz geheime Basis! Wo richtig krasse Leute sind! Und ich weiß nicht, ob du dafür bereit bist! Ach, ich bin bereit! Auf jeden Fall! Leute, bin ich bereit! Lass ein Like da bitte! Okay! Was sagst du, Jax? Ist er bereit? Oh, ich weiß ja nicht! Er ist noch ein Frischling für diese Art, wo du ihn hinschicken willst! Ich bin kein Frischling! Guck mal, wie krass ich bin! Lass, schick mich da hin! Bitte, bitte, bitte! Hm, okay! Dann werde ich dich da hin zaubern! Okay, zauber mich hin! Let's go! Drei, zwei, eins, und let's go! Wow! Wo zum Henker bin ich hier? Oh nein, ist das die Strafe Gottes, Leute! Bin ich hier in der Unterwelt? Oh nein! Was mach ich denn jetzt hier? Was sind Enderperlen? Okay, Leute, du musst hier richtig viel... Da hinten ist so eine Mami Longlegs! Die muss ich erledigen! Dann krieg ich schon mein erstes Upgrade, Leute! Also bleibt dran! Denn das wird jetzt richtig cool! Wir wollen doch alle sehen, wie ich aussehe als Mutant! Weil das gab's in Minecraft noch nie bei Poppy Playtime! Wie Dockday als Mutant aussieht! Wow! Killy Willi, da hab ich ja komplett vergessen! Dann kann ich eigentlich von hier... Easy erledigen, Leute! Damit hat er nicht gerechnet! Okay! Nein! Oh! Nein! Oh, die zweite Enderperle hat mich gerettet! Okay! Hm, ist die Frage... Warte mal, kann ich irgendwie da hoch... Nein! Nein! Ah! Mist! Wow! Äh, wer bist du? Bist du Killy Willi? Hallo? Du kannst nicht reden! Na gut! Dann back mit dir! Okay, den nächsten, Leute! So! Ich treff ihn nicht! Wieso treff ich? Was machst du mit meinen Freunden? Wie, was mach ich mit deinen Freunden? Ich hol mir mein Upgrade, was ich mir verdient habe! Ha! Das kriegst du nicht! Doch! Guck mal! Easy, Leute! Und jetzt... Endlich! Getroffen! Den! Ich guck mal, ob der was droppt! Oh! Er droppt, der was? Hm, leider nicht! Dann kann ich eigentlich direkt hier... Zu dem da, weil da geht's ja weiter... Oh, ich hoffe, ich treffe! Ja, ich hab getroffen! Ich bin krass! Ja, du hast abgeklötzt! Ja, komm her! Ich schub sie in die Lava! Nein! Verbrenn! Easy, Leute! Und jetzt Mami Longlegs! Wenn ich die erledigt habe, kriege ich meinen Upgrade! Okay! So! Nur noch Treffen! Ah! Was machst du denn das hier? Ich... Ich weiß selber nicht! Ich will mich an Nightmare-Ketten erbrechen, aber noch bin ich zu schwach! Und ich erhoffe mir, dass wenn ich dich erledige, dass ich meinen Upgrade bekomme und so ein Mutant werde! Ja? Hast du nichts mehr dazu zu sagen? Ja, du wirst niemals zum Mutanten! Doch! Ich werde zum Mutanten! Guck mal, was ich drauf habe! Mit der Faust! Ah! Na! Warum treffe ich sie nicht? Du kannst mich nie mal treffen! Doch! Ah! Okay, Leute! Jetzt geht's ab... Oh, Alter! Die sieht ja richtig krass aus! Oh! Guck mal, ich kann klettern! Ah! Bring mir aber nix! Mann! Okay, Leute! So! Jetzt! Hier ein bisschen! Oh! Ich dachte, ich muss aufpassen! Nicht, dass irgendwie... So! So, Leute! Let's go! Let's go! Let's go! Nicht mehr! Ah! Ich erledige... Damit hast du nicht gerechnet, dass ich so stark bin, oder? Und... Ja, du wirst echt ziemlich stark! Boah! 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 Was hat Nina gedroppt? Jetpacks? Wow! Ich bin Level 999! Und ein Mutanten-Dockday! Und ich kann fliegen! Perfekt, Leute! Jetzt können wir easy entscheiden, wo wir reingehen wollen! Wir gucken erst mal hier! Okay, hier sind direkt Fallen, oder? Ja! Hier sind Fallen! Raus hier! Oh! Das sind auch unsere Herzen! Guck mal, was denn hier, Leute? Ich glaube, da hätte ich da mit einer Enderperle reingeworfen, wäre es auch komplett falsch! Deswegen hier auf keinen Fall! Oh! Hier sieht es richtig aus! Oh! Ich muss aber... Nur... Na! Haha! Leute, nein! Hier sieht es auch falsch aus! Deswegen gehen wir schön... Hier muss es... Aber hier geht es eigentlich gar nicht weiter, Leute! Moment! Oh, doch! Guck mal! Das ist einfach ein Geheimgang! Okay, wir... Wir schleichen uns... Hier mal... Er hat den Geheimgang gefunden, Leute! Oh, nein! Die haben mich gefunden! Nein! Warte, was habe ich hier? Okay! Let's go! Moment! Ich habe eine Idee! Und... So, jetzt... Zeige ich euch mal, wie... Oh! Okay, jetzt rushe ich hier durch! Okay, Leute! Ein Labyrinth! Mann! Und... Ich bin stark! Ich bin der Stärkste! Niemand kann mich aufhalten! Aber ich muss... Oh, doch! Nightmare Catnip wird dich aufhalten! Nightmare Catnip wird mich niemals aufhalten können, so! Und jetzt geht es hier... Oh! Weiter! Oh! Ich muss aufpassen! Ich verliere hier selber Herzen, wisst ihr? Okay, hier ist eine Sack... Wie stark du bist! Wie? Egal, wie stark ich bin! Nightmare Catnip ist stärker! Das werden wir ja gleich sehen, Leute! Glaubt ihr, Nightmare Catnip ist stärker als ich? Schreibt es in die Kommentare! Ich glaube, gegen diesen Mutanten hat er gar keine Chance! Aber... Fliegen bringt mir halt auch nichts, Leute! So, ich muss jetzt hier gucken, wo der... Wo es hier weitergeht! Okay, hier geht es weiter! Wow! Okay! Warte mal! Wer ist denn... Moment mal! Das ist doch Andy! Ey! Wer hat dich denn hier gefangen genommen? Ey, Mann, Alter! Wer bist du denn? Na ja, egal! Nightmare Catnip! Erkennst du mich nicht an der Stimme? Warte mal! Du klingst ja wie mein Bruder Dandy! Ja, ich bin's! Ich bin als Mutant verwandelt! Ey, Bro! Kümmer dich mal rechts um den da! Oh, stimmt! Oh, so, okay! Aber wie soll ich dich befreien? Keine Ahnung! Du musst erst mal diesen komischen Nightmare Catnip erledigen! Da kannst du mich befreien! Los, beeil dich! Hehehe! Du hast recht! Okay, Leute! Ich muss jetzt hier gucken, dass ich den Ausgang finde! Aber irgendwie finde ich den nicht! So, hier geht's ja... Okay, Leute! Wir nehmen mal... Bäm! Bäm! Und Bäm! Okay, nachladen! Geht's hier weiter? Hm, er hat sich verlaufen, Leute! Er weiß nicht, wo es weitergeht! Oh, Mist! Ich hab mich wirklich verlaufen! Die haben recht! Aber erst mal erledigen! So! Komm schon, sag mir, wo er Meister ist! Ach, bringt ja auch nichts! Ich glaub, da geht's weiter, Leute! Hier! Hier muss es weitergehen! Nightmare Catnip! Pass ich überhaupt hier durch? Ey! Nightmare Catnip! Ich bin dein Untergang! Ich werd dich erledigen! Nightmare Catnip! Zeig dein wahres Gesicht! Hallo! Guck mich doch mal an! Du bist hässlich wie die Nacht! Wie die Nacht! Guck dich mal an! Du hast drei Köpfe! Und die sehen aber dafür süß aus! Ich werd dich erledigen! So, komm her! Oh, oh nein! Guck mal, wir sind jetzt gefangen in einer Arena! Oh, nein! Hab ich überhaupt ne Chance gegen dich? Komm her, ich bin stark! Ich hab 210 Herzen! Wie viel hast du? Ich habe über 400! Okay, dann zeig ich dir... Oh, Leute! Ich muss aufpassen! So, fliegen! Aha! Tja, Freundchen! Auch noch unfair sein! So, aufladen! Kami! Hami! Ha! Ja, Leute! Ich hab ihn erledigt! Und wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst ein Like! Da klickt ihr in der Mitte! Dann kommt ihr zum nächsten Danny-Video! Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal! Tschüss!